und ja auf jeden fall ich würde euch was zeigen auf meine schule war logo der logo aber hier mein kopf logo er hat eine sportschefeste auf meine haare heute so hässlich und da hat er halt hier mal mein alles klar hier herrschte globo signiert auf mein handy auch richtig logo aber jetzt händel ich gerade nicht zeigen richtig teilen und leute ich glaube total zerknickt ja ja die halte kein dings hier richtig logo so sieht aus ne alle abchecken auf jeden fall machte richtig keine videos michael videos ja also wieder hälfte er hatte irgendwie viel tiefere stimme als hier auf den ein videos ich habe mal wieder ein video reingezogen ich kann den vorher nicht ich kann ihn jetzt nur seit heute ich habe nie was von gehört weil ich gucke eigentlich keine minecraft videos weil ich zog lieber mein kopf als wie das selber anzugucken irgendwie und ja das wollte ich euch auf jeden fall zeigen und leute ja ihr wisst und auch bald logos hat klicks 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 das war voll von ich dass nur wo und bei mir auf die schule weil ich habe so was ich dir erzählte so habe ich mir auch auf YouTube ähm aber wir konnten halt nicht viel reden ich habe auch mit dem Selfie noch blende ich euch hier ein so da habt ihr es gesehen und ja so 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 ja so so Ihr könnt nur für das so 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 dass wichtig wenn ihr mit einem airsoft cheese ganz wichtig eine schutzbrille schutzbrille am spiel so bei mir werden ist schön mit der airsoft cheese auf diese buchse so ich mache jetzt bloß die kameraperspektive anders und hauts und dann geht's los so Leute es müsste eigentlich alles aufgebaut sein und gucken wir mal ob es die treffen also ich treffe das nicht weil die schutzbrille gerade verbindet wir machen mal so jetzt einen schaden test was also ich dachte das kommt hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht aber das soll bloß ein kleiner vorgeschmack werden für das nächste video in der software machen werde mit der erste mal ganz einfach wieder enttäuscht wieder enttäuscht wieder enttäuscht wieder enttäuscht das video gefallen hat ne leute lasst die leute da lasst abo da für mehr oder welche videos klickt auf die glocke sonst wird dann wieder bei jedem das wieder benachrichtig was ich raushaue und soll ich am sonntag kein video hochgeladen habe ich hatte da keine zeit und ja hausnah standard ist in ja